Kein Reiz, hier keine Fertigkeiten. Und ihr seht ja, es läuft super schnell. Ohne viel Probleme. Und ja, für die Neulinge würde ich euch empfehlen, noch die Plus-Dreier-Steine aufzuheben. Wenn ihr echt gar nichts habt, oder auch alle FBs. Aber ich nehme echt nur, was mir auch Geld bringt. Zum Beispiel das würde jetzt ein Neuling, würde ich empfehlen, das aufzuheben. Buch des Saunens, ja. Und ich mache eigentlich alle Mädchens kaputt, auch wenn es nicht viel bringt. Weil zum Beispiel bei Mädchen der Schwärze kommt manchmal auch nichts raus. Aber ich hatte ja auch schon öfter mal ein SK- oder Aura-Buch. Und warum dann nicht, vor allem die gehen ja richtig schnell, wie ihr seht. Also werden wir jetzt mal ein, zwei Parts fahren. Schutz und dunkler Schlag, brauche ich nicht. Direkt zum nächsten Mädchen. Und wenn die für im 30er ist, kommen da kommen auch Selis raus, hier aus dem 30er. Und ja, da hatte ich heute ein ganz Laden voller Selis gemacht. Und ja, die bringen, ich verkaufe sie immer für 16, 17 KK. Wenn man dann ganz im Metall wird, warte mal, ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3. 40 Plätze, 40 mal 15. Oh, jetzt muss ich rechnen. 40, 400, 400 KK. Ach, guck mal, weißt du, was denn kille ich jetzt erstmal? Einfach mal so aus Spaß. Vergiftet ist er auch schon. Jetzt drehe ich ihn in die Ecke und kille ihn, weil er rot ist. Weil er rot ist. Einfach da, ja. Boom, 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 tot. Weil er mich stört. Ähm, ja, um die 500 KK aus Selis. Weil ich ein, zwei Stunden farm gegangen bin. Und das geht halt mit dem Tempo richtig schnell. Hallo? Warum gehen meine Zigaretten nicht? Äh, ich will keine EPs kriegen. Warum geht die Zigaretten nicht? Ich, hallo, ich will kein Level-Up. Normalerweise, ja, da sind sie endlich resettet. Oh. Furchtbuch, das nehme ich mit. Das brauchen zur Zeit viele Sucher. Ja, ich komme gleich erst auf die, auf die, auf die 35er Mädchenwiese. Wo dann einfach nur noch 35er sind, en masse. Und da kommt ein 70er Sucher. Ach, bitte nicht, tu mir nicht weh. Nein, nein. Er wird mich töten. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Tu mir nichts und ich tue dir nichts. Du siehst ja. Nein. Locker flockiger One-Hit. Wieso? Wie so? Ich habe doch nichts getan. Oder er hat seinen Main geholt. Das kann auch sein. Fuck, Alter. Okay, ich bin weg. Hast mich verjagt. Nein, ich denke, er hat seinen Main geholt. Jetzt mache ich schnell kaputt hier. Und, 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 und. Nichts Besonderes. Schnell weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und ich werde wieder gesteuert. Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020